Ja, der Stall ist aus dem Stadion raus. Was, der Stall? Ich seh' die aber nicht. Eigentlich war Nancy's dead. 5% Ballbesitz Jungs und trotzdem führen wir. Mit dem warten, meinst du? Noch mal eine Halbzeit-Antage oder was? Ich hol grad Nancy Smart. Nancy Smart spielt jetzt. Sauber. Ja, ich weiß. Ich hab schon die Freude in die ans Augen gesehen, als er da gelaufen ist. Oh Mann, ist das gut. Also, Jens, ich werd aber heute Abend nicht ohne Titel schlafen gehen. Wir haben ja schon einen Titel geholt. Ja, weil das hält. Kannst du Timo bedanken. Ey, wenn wir nix sagen, bleibt Jens noch eine Runde. Nein, jetzt ist raus! Hey, du hast doch beide A4-Spieler von mir bekommen. Ja, du hast ja auch zwei von mir. Oh mein Gott! Oh, fuck. Hey, wieso? Hey, Zakaria hat doch geschossen. Der ist ein perfekter Start in diese Region. Der schießt rechts. Der schießt rechts. Sprich jetzt am Ende, der schießt rechts. Ja! Oh, ho, ho, ho! Ah fuck Der war zu weit Hä? Was? Oh 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 Erste Tor In der ersten Liga Den mach ich jetzt, guck mal Jetzt der Versuch Boah Oh ne fuck, ne doch Wo rennt der Keeper vor denen? Digga, renn mal nach unten Ja Ich hab so Bock rumzuharzen, Digga, einfach nur zu zocken, Digga Einfach Geld dafür kriegen, Digga Willst du auch mal starten, oder? Wie schnell das, wie schnell das dann geht Tor war das raus von denen Ich geh euch rennen Die sind so doof, ne? Wir müssen den Ball einfach nur grad ab Pass, pass, pass Fähr das Deckling Ach, scheißegal Digga, der passt dann, wenn ich im Abseits bin Und wieder lasse Ich bin so viel besser als die Das ist unglaublich Das sieht so einfach aus, was sie hier machen Digga, bei denen macht nur der eine da das Tor Oh Oh Okay Dennis, wir müssen jetzt immer noch 3 aus 6 spielen gewinnen Einen haben wir schon verloren Machen wir noch eins, oder wird's jetzt auf? Viertel nach 5, wir machen nur eins Oder ganz alleine Guter Aufgepasst Die Flanke wurde ab Wolle mal gucken, was der Kopf voll kann Der Ball kommt rein Der Ball ist drin Oh Sie machen das Tor Und es könnte das Tor Viel Platz da in der Mitte Boah Der ganz der Höhe Der ganz der Höhe Ins leere Tor Boah Miese Grätsche Aus so einer Konterschance Müssen sie eigentlich mehr machen Hä, ich mach auf den Dauntern Madi Ey Frenkie de Jong Ja 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 Zehner Joris hält Ball Zweiter im Spiel Ja Was Was Das war Sein drittes Tor Super Aktion Tolle Technik Der Ball kommt rein Der Ball kommt rein Der Ball kommt rein Der Ball kommt rein Das kippt's nicht Marco Alter 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 Bro Ich Digga, die können nichts Guck dir das doch mal an Digga Ich will, dass der Bot am Tor schießt Ich will, dass der Bot am Tor schießt Da ist der Titel J Armen ��� rein Bolzico Das sieht jetzt und hier wirklich Nach dem Titel aus Ich glaube Ich hatte so ein Volli es wir holen uns raus So wie den hier Oh mein Gott Digger Ich hab's nicht mal gesehen, ich hatte die Kamera auf Perspektive anders. Nein, wieso denn zu dem? Was zum Teufel passiert hier? Und jetzt Wumms. Okay, jetzt kannst du flanken. Der will ich grad töten. Patschel. Danke. Jetzt go, komm jetzt. Abfangen und dann passen, dann kommt der Ball zu mir und ich zieh durch wie so'n Rentner. Ich hab aus der Sehnen schon gedrückt vom Anfordern, perfekt, danke. Einfach nur beten, zwei Minuten. Zwei beten, zwei Minuten. Digga, der ist 1,50 groß! Also wenn du jetzt schlafen gehst, bist du, wenn du aufstehst, mehr tot, als wenn du durchmachst. Ich werd ganz erst aufstehen, ich werd den Wecker einfach kommen und ignorieren. Digga, ich hoffe, ich darf dann auch aufschlafen. Verteidigter den Ballbesitz. Zieh ab! Ich hab den Nettling gesehen, bin steherlich. Ja, Messy spielt auch. Die sind nicht mal gut, das tut einfach nur weh. Oh mein Gott! Was? Ja, komm, ich drück mal auf Pause, die sollen jetzt rausgehen, die Fuhren. Äh, ich zieh mich mal auf. Ja, die haben E-Pause gedrückt. Ab jetzt, entspannter, ein Hochpause an. Zehner und der Play X-Box, Alter, dass die rausgehen. Zehner und der X-Box, ja! Maschallah, Digga. Während ich keine Hose anhab. Jetzt hab ich wieder eine Arme. Hahaha! Genau so wolltest du den reinmachen. Ja, MbP halt, ne? Ja. Ja, lass sie quitten, Alter, ich hab mal Pause gedrückt. Ja, besser ist es, Digga. Oh! Ja! Oh mein Gott! Shiri wollte gerade schon zweite rote Karte holen! Boah! Was ist, Digga. Jetzt, jetzt, jetzt! Bitte, 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 bitte! Hau ihn! Ohohohohohohohoho! Pass auf, dir gab's dir keine rot. Und du ziehst dir ne rot und ne elfer. Den hast DU. Rechts. In der Mitte... Nein! Nein! Wir sind noch im Rennen, egal. Digga, wenn die so ein Tor machen, dann sind wir wieder am Arsch. Wenn die erst 2-3 machen, sind wir weg. So, jetzt meinst du? Kein Bock. Geben Sie es doch noch aus der Hand! Es wird dramatisch! Die Gelegenheit für die Flanke! Ein ganz neues Wunder, dass wir mal gegen PSG spielen. Ist so, Digga. Ich hab PSG-Gang... Hab ich nie gesehen, Digga. Nee, ich auch nicht. Dieser Messi spielt er jetzt auch, ne? Wer ist Messi, Bruder? Sonst so Planko ist halt... Mäh, aber du musst erst mal ein bisschen... Passt du? Ah! Gefettfingert. Ach guck mal, wie wir ihn als Gegner haben. Alter, Loi! Ist es... Ey, Digga! Ist es dieses... Ist es dieses Paris? Mach ihn einfach. Egal, ich lauf nicht mit. Mach ihn einfach. Was ist denn das für ein Verein? Ey, Junge! Ich glaub, den kenn ich! Wenn du 15 Tore machst, steckst du mit'n Kaktus in den Arsch. Ja. Der Keeper! Der Keeper! Och, Junge! Geben die jetzt auch auf, oder was? Ey, Digga! Den Verein kenn ich doch! Voller Einsatz! Pfff! Gibt's nicht! Egal! Ey, wenn die jetzt noch ein Tor drücken, fick ich die, Digga! Schreib dir nie mehr, Alter! Das war doch ein Tor! Das musste doch ein Tor sein! Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance! Und da ist das Tor! gut! 2 Das war ja, wir war ja! Was ist so ein Tor? Wo ist der König? Der König! Der König!